Hallo, mein Name ist René und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aus euren Gegenlichtaufnahmen mit Luminar AI noch richtig was rausholen könnt. Jeder Fotograf kennt die Situation, man hat eine tolle Sonnenuntergangsstimmung, alles wird in diese warme Atmosphäre getaucht und sieht total toll aus, wenn man so gegen das Licht schaut. Im Foto ist das dann aber leider nicht mehr der Fall. Das liegt daran, dass das Auge die unterschiedlichen Helligkeiten ständig adaptiert und ausgleicht, unsere Kamera kann das aber nicht. Das hat zur Folge, dass solche Gegenlichtfotos in der Regel zu kontrastreich sind und nur noch relativ wenig Farbe beinhalten. Wie man aber aus solchen Fotos trotzdem noch atmosphärische Bilder schafft, darum soll es in diesem Video gehen, also legen wir mal los. Hier habe ich auch direkt mal so ein Foto aufgerufen mit so einer Gegenlichtsituation. Ihr seht, dass die Sonne steht hier im Bild. Das hat natürlich zur Folge, dass die Kontraste viel zu hoch sind. Hier hinten ist alles ausgebrannt und hier vorne die Kornehren sind eigentlich viel zu dunkel. In solchen Situationen würde auch schon eine Aufhellung helfen. Wenn man zum Beispiel einen Reflektor dabei hätte, könnte man die Ehren etwas wieder von vorne aufhellen. Der Aufhellblitz sieht meistens unnatürlich aus. Aber so einen Reflektor hat man eben auch nicht immer dabei. Deshalb, mein Rat, macht solche Fotos immer im Rohdatenmodus eurer Kamera. Dann kann man da doch noch einiges rausholen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Und ich starte auch direkt mit dem ersten Werkzeug, und zwar dem Enhance AI. Und da werden wir schon sehen, mit der Hervorhebung wird sich da schon einiges tun. Ihr seht, dass der Himmel wird abgedunkelt und vorne wird alles deutlich aufgehellt. Ich möchte jetzt hier aber gar nicht übertreiben. Ich lasse das mal so bei ca. 80 stehen. Und die Himmelbildverstärkung, die mache ich auch noch ganz leicht an, so mit ca. 40. Dann wird mein Himmel hier oben auch noch ganz leicht abgedunkelt. Und jetzt sieht man auch schon so ansatzweise, was in so einem Rohdatenbild noch an Bildinformationen vorhanden ist, die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ja, und als nächstes mache ich gleich weiter mit dem Werkzeug Belichtung. Und das ist hier auch wirklich das wichtigste Werkzeug. Ich lasse mein Profil aber auf Luminar Standard stehen. Mache dann allerdings gleich weiter mit der Farbtemperatur. Denn die soll auf alle Fälle deutlich wärmer werden. Die werde ich hier so in dem Bereich um 5000 einstellen. Die Färbung, die lasse ich aber so. So, jetzt kommen wir hier unten zu den Einstellern. Und ich kann jetzt schon sagen, wir brauchen hier auch die erweiterten Einstellungen. Also die Schwarz- und Weißtöne und auch die Kurven. Und weiter mache ich jetzt erstmal mit den Lichtern. Denn die möchte ich hier auf alle Fälle noch etwas drosseln. Mit circa minus 70. Und die Schatten auch noch anheben. Keine Angst, ich hebe sie jetzt erstmal relativ stark an. Aber ich lasse das nicht so hell. Denn das regeln wir jetzt mit den Weiß- und den Schwarztönen hier noch etwas nach. Die Weißtöne, die würde ich sogar noch ganz leicht anheben. Mit plus 13 die Schwarztöne allerdings reduzieren. Damit das Bild nicht Gefahr läuft zu verblasen. Also so milchig zu werden. Das lasse ich jetzt aber auch erstmal so auf minus 15 stehen. Dann werde ich noch ganz leicht die Belichtung anheben. Damit das ganze Bild etwas stärker ins Strahlen kommt. Und jetzt können wir ganz leicht den intelligenten Kontrast noch anmachen. Das lasse ich aber so bei circa 10 stehen. So, jetzt sieht man schon sehr schön, wie sich hier vorne das Bild dem Betrachter geöffnet hat. Hier in der absoluten Gegenlicht-Situation, da behalten wir zwar so ein bisschen diesen Scherenschnitt-Charakter. Aber das Bild hat auf alle Fälle auch schon deutlich an Atmosphäre zugelegt. Ja, ich mache hier nochmal das Auge an und aus. Und dann sieht man, wie schön die Atmosphäre in diese Sonnenuntergangsstimmung gewechselt hat. Jetzt würde ich nur noch ein Feintuning machen, hier unten mit den Kurven. Dazu setze ich erstmal auf die absolute Mitte einen Anker. Und dann kann ich hier noch ein ganz bisschen die Tiefen anziehen, hier unten. Dann seht ihr auch, wie sehr schön die Kontraste wieder zulegen. Und vielleicht würde ich sogar hier oben noch die absoluten Lichter ganz leicht heller gestalten wieder. Aber hier in den Mitteltönen, da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr Farbe. Ihr könnt das mit dieser Kurve sehr schön beeinflussen, wo noch Struktur und Farbe entstehen soll und wo nicht. Ja, so gefällt mir das sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich nur nochmal das Werkzeug Struktur bemühen und ein wenig Struktur in das Bild reinarbeiten. Aber auch das reicht mir so mit circa 20. Ja, und dann mache ich nochmal das Auge an-aus und dann sieht man sehr schön, wie hier die Atmosphäre zugelegt hat. Aber auch Zeichnung und Struktur viel, viel interessanter geworden sind in dem Bild. Wem das dann immer noch nicht reicht, der kann dann nochmal das Werkzeug Superkontrast im Professional-Bereich bemühen. Damit könnt ihr dann nochmal auf die Lichter Mitten und Tiefen einwirken. Das ist hier aber in meinem Bild nicht nötig. Dann könnt ihr je nach Geschmack eure Endbearbeitung vornehmen, wie zum Beispiel noch schärfen. Dieses Bild ist knackscharf, das brauche ich hier nicht machen. Deswegen wäre ich jetzt mit dem Foto fertig. Ja, ich denke, ihr habt gesehen, dass eure Fotos in der Regel deutlich mehr Tonwerte beinhalten, als man so auf den ersten Blick sieht. Vor allen Dingen, wenn ihr im Rohdatenmodus fotografiert. Ja, und hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ihr Interesse an Luminar AI haben solltet, dann schaut doch einfach mal auf der Skylum-Seite vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Ciao.